Warum hast du dich für die Kuh entschieden? Ich habe mich für die Stoffwechselkur entschieden, gar nicht so sehr, weil ich unbedingt abnehmen wollte, sondern weil ich unbedingt eine Entschlappungs- und Entgiftungskur machen wollte, eine gesunde Frühjahrskur, natürlich gerne verbunden mit Fitnessprogramm. Schön. Hallo, ich habe mich für die Kur entschieden, um Gewicht zu reduzieren und Fett zu verbrennen, wobei es mir wichtig ist, dass dabei nicht die Muskelmasse verloren geht. Ja, ich mache regelmäßig Sport, aber es geht nicht, den Speck abzubauen, deshalb habe ich versucht, diese Eileen's 21 Tage Challenge. Ich bin selbst in dieser Kuh. Ich habe die Beine gesehen. Wir lieben jetzt schon die Kuh-Ire, die Kuh-Ire, dieн Kuh-Ire, die Kuh-Ire, die Kuh-Ire. Ich muss mich für die Kuh-Ire. Noch so viel Abhängigkeit, das ist der Kuh-Ire. Wirkliche Kuh-Ire. Wirkliche Kuh-Ire? Ich bin mein Lieberiger. noch nicht durch, der Tag 17. Ich habe aber trotzdem 6 Kilo verloren, 4 Prozent Fett und mehr Muskeln. Volles Sportprogramm. Danke Aileen, großer Lob an dich. Ja hallo, ich habe jetzt die 21 Tage Stoffwechselkur hinter mir, die sehr erfolgreich gelaufen ist, insbesondere durch das Sportprogramm. Ich habe an 6 von 7 Tagen das Programm, das Aileen Gallasch uns vorgegeben hat, durchgezogen. Das war richtig genial. Das waren herausfordernde Übungen. Ich mache normalerweise schon 3-4 Mal die Woche Übungen. Das war wirklich richtig gut. Meine Kondition hat sich sehr gesteigert durch dieses Intervalltraining. Die Stoffwechselkur an sich muss ich sagen, ich bin jetzt schon vorher relativ schlank gewesen. Deswegen hat sich bei mir leider nicht so viel gezeigt. Dennoch hat sich der Bauchumfang ein bisschen verringert und ich denke insgesamt ist das alles auch ein bisschen fester geworden. Also ein Plus auf alle Fälle und für jeden zu empfehlen. Okay, also ich bin jetzt schon durch mit der 21 Tage Kur und zwar seit drei Tagen. Die Kur ist mir ganz gut bekommen. Ich habe mich relativ fit gefühlt, aktiv gefühlt. Am besten fand ich tatsächlich auch das Sportprogramm. Jeden Tag, sechs Tage die Woche. Das Intervalltraining. Ich habe ja vorher schon viel Sport gemacht und mich relativ bewusst ernährt. Aber durch die Kur habe ich noch mal tatsächlich ein bisschen, hat was stattgefunden. Allerdings der Drink am Morgen war nicht so sexy. Im Ergebnis habe ich vier Kilo verloren. Ich habe Bauchumfang vier Zentimeter verloren und meine Oberschenkel auch an den Problemzonen vier Zentimeter. Von daher ruhig mal machen und motiviert sein. Ich bin beim Tag 18 und ich habe fast sieben Kilo aufgenommen. Ich bin ganz zufrieden damit. Sieben Zentimeter sind auch weg vom Speck hier am Bauch. Die drei Wochen sind ziemlich schnell rum. Jeden Tag Sport. Habe Wein vermisst, habe die Kohlehydrate eigentlich nicht. War ein gutes Kur. Hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt aufgeregt. Vielen Dank.